Frühere Leben und toxische Beziehungen. Und das ist das mega spannende Thema heute hier für diesen Podcast. Ja, gibt es das? Gibt es überhaupt frühere Leben? Und was könnten frühere Leben, wenn es sie denn geben sollte, mit meiner aktuellen leidvollen toxischen Beziehung zusammenhängen? Oder wie kann ein früheres Leben Einfluss darauf haben, ob ich ja in diesem Leben glücklich bin in einer Beziehung, ob ich immer wieder verlassen werde, ob ich immer wieder dem Mann oder der Frau hinterherrenne? Ja, all das kann tatsächlich die Ursache in einem früheren Leben haben. Lasst uns einfach mal reintauchen in dieses sehr, sehr spannende Thema. Und wie du ja weißt, bin ich Hypnose-Therapeutin. Das heißt, natürlich ist es möglich, in einer Trance, in einer Hypnose, in die Vergangenheit zu reisen. Egal ob in diesem Leben, das geht zurück bis in die Kindheit, als Baby, ja, in den Mutterleib hinein. Und so gibt es tatsächlich auch die Zeit, bevor du hier in diesen Mutterleib hineingekommen bist. Es gibt so eine Zwischenphase, bevor du in ein neues Leben trittst. Und da gibt es natürlich auch frühere Leben, frühere Inkarnationen. Und du musst überhaupt nicht daran glauben. Ich habe früher überhaupt nicht daran geglaubt. Ich habe gedacht, das ist alles Schwachsinn, das ist alles Blödsinn. Aber ja, meine Erlebnisse, die ich hatte, haben mich doch eines Besseren belehrt. Sicherlich, weil ich selbst eine Nahtoderfahrung hatte. Da war ich noch ganz, ganz klein, so ein ganz kleines Baby. Kann ich ja auch gerne mal einen Podcast dazu machen, falls es dich interessiert. Ja, da habe ich natürlich ganz verrückte Dinge erlebt, die ich als kleines Baby natürlich nicht deuten konnte, die sich erst viel, viel später zusammengepuzzelt haben. Das war das eine. Und natürlich auch durch meine Hypnoseausbildung habe ich es natürlich auch versucht, einmal in ein früheres Leben hineinzugehen. Und das natürlich nicht nur einmal, sondern ich habe es immer und immer wieder erlebt und gesehen, ja, es ließ keinen Zweifel übrig. Es ist, wenn du das selbst einmal erlebst in der Hypnose, ein früheres Leben erforscht und es so klar siehst, so klare Bilder kommen, was du dir einfach nicht ausdenken kannst. Und vor allem das Gefühl dazu da ist. Das Gefühl und diese Gewissheit, es kommt irgendwie so ein Wissen in dir wieder hoch, eine tiefe innere Überzeugung, dass es so war. Und vor allem passt es dann auch wirklich wie Faust aufs Auge zu deiner aktuellen Situation. Also wie gesagt, du musst nicht daran glauben. Ich kann dir sagen, durch meine Erfahrung, das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, gibt es das auf jeden Fall. Und ich lade dich herzlich ein, auch diese Erfahrung zu machen, wenn du es natürlich möchtest. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zwar Hypnose-Therapeutin bin, aber in dem Sinne keine klassischen Rückführungshypnosen anbiete. Ja, also sollte ein Klient kommen, der das unbedingt mal machen möchte, einfach als Erfahrung werde ich da nicht Nein sagen. Aber bei mir, weißt du ja sicherlich, geht es um Lösungen. Das heißt, zu mir kommen Menschen, die einfach alles schon ausprobiert haben, die alles schon gemacht haben. In Thema Beziehungen, in Ängsten, also in Angstthemen, Zwangsstörungen, Depressionen. Wenn sie noch nicht so tief sind, muss ich sagen, weil wenn Depressionen zu tief sind, komme ich da leider auch nicht mehr ran. Aber all diese Themen, wo die Menschen denken, ja, da bin ich austherapiert. Oder ich habe schon dieses oder jenes Coaching-Programm gemacht. Ich habe schon Unmengen an Geld für Beziehungscoaching ausgegeben. Und es funktioniert einfach nicht. Ja, dann wurde einfach nicht an der richtigen Stelle angesetzt. Ich sage es immer wieder, das Thema, was du jetzt hast, egal was es ist, es ist eigentlich wirklich ganz egal, es ist nicht im Kopf zu lösen. Denn ich sehe es ja immer wieder, die Menschen, die zu mir kommen und die mir erzählen, was sie gemacht haben, es sind eben immer Dinge, die im Kopf stattfinden, in fünf Prozent. Und die Lösung ist eben im Unterbewusstsein. Und da kommen wir mit der Hypnose zum Beispiel ran. Aber auch da muss ich sagen, Hypnose ist nicht gleich Hypnose. Ja, die meisten Hypnose-Therapeuten arbeiten mit der Suggestionshypnose, die sicherlich einen Effekt hat, keine Frage, aber die eben auch oft nicht ausreicht, weil man muss wirklich an die Ursache, an die Wurzel, an das Urtrauma. Und das Urtrauma liegt eben nicht immer in diesem Leben. Das liegt oft weiter zurück, noch viel weiter. Und es spielen noch viele, viele andere Dinge mit hinein, Fremdenergien, Ahnenthemen, Schwüre, Eide, Versprechen, die man vielleicht in diesem oder früheren Leben mal abgegeben hat. Und das gilt es aufzulösen. Ein ganz großer Teil, 80 Prozent, ist etwas, was in diesem Leben stattgefunden hat. Also das ist der größte Teil. Es ist auch nicht immer so, dass in früheren Leben was zu finden oder zu suchen ist. Ja, das kommt ganz drauf an. Aber es kommt doch immer wieder mal vor, dass tatsächlich das Urtrauma sehr, sehr weit zurückliegt. Und dann muss man natürlich auch sehen, diese Heilblockaden berücksichtigen. Das ist auch die hohe Schule, die hohe Kunst herauszufinden. Ja, bei einem Klienten, der schon alles gemacht hat und der vielleicht auch zu mir kommt und die Sitzungen macht, wo ich dann auch teilweise feststelle, es gibt einen Teil in diesem Menschen, der die Heilung blockiert. Nicht der Mensch selber, weil der will ja Heilung. Ja, der kommt ja, weil er Heilung möchte. Oder auch Online-Sitzungen ist ja genauso möglich. Ja, und da ist es eben auch die Kunst, die hohe Schule, diese Heilblockaden auch zu finden, denn sonst verändert sich auch nichts. Und das macht mir größte Freude, jeden Tag, ja, wie so ein Detektiv, das herauszufinden, diese Puzzleteilchen zusammenzufügen und all das zu heilen. Und so ist es praktisch so, kannst du dir vorstellen, falls du zu mir kommst mit einem Thema, im Prinzip egal welches Thema. Natürlich kommen die meisten mit Beziehungsproblemen, mit Ängsten, Verlustangst, Bindungsangst. Ja, diese Selbstwertthemen, ich bin nicht gut genug, nicht wertvoll genug, was ist meine Berufung, glücklich werden im Leben, frei werden im Leben und so weiter. Das Thema ist eigentlich egal, weil wir schauen, okay, wo ist denn die Ursache versteckt? Und ich überlasse deinem Unterbewusstsein und deinem Überbewusstsein, diese Ursache zu finden. Das heißt, ich sage nicht, haha, das ist ja im früheren Leben oder ganz klar, das ist ja in diesem Leben. Natürlich sprechen wir gemeinsam über deine Vergangenheit, über deine Kindheit und natürlich liegt da viel auf der Hand. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, das ist nur die Analyse des 5% Verstand. Das heißt, wenn ich mit meinen Klienten im Vorgespräch bin, läuft das alles noch auf der Verstandsebene auf 5% ab. Auch bei mir, natürlich sehe ich, ah, dieses Trauma, dieses Erlebnis, das hat auf jeden Fall Einfluss, hat es auch. Aber es gibt noch viel, viel mehr, was du und ich, wir mit unserem kleinen, süßen 5% Verstand niemals, never erfassen können. Und dafür gibt es die Trance, wo dein Unterbewusstsein und dein Überbewusstsein die wirklichen Ursachen dieses Urtrauma findet. Und es kann in diesem Leben sein, es kann aber auch aus einem früheren Leben kommen. Also es ist nicht so häufig, wie du denkst, aber es kommt immer wieder mal vor. Und deswegen diese Kombination aus Unterbewusstsein und Überbewusstsein in der Hypnose, das macht diesen durchschlagenden Erfolg aus. Also dass wir nicht nur klassisch im Unterbewusstsein, das, was da auf deiner Festplatte sozusagen gespeichert ist, lösen, sondern auch deinen intuitiven Teil des Überbewusstseins befragen. In der Hypnose läuft das ab mit Fingerzeichen. Fingerzeichen, wo deine Finger praktisch antworten. Ein Finger zeigt sich für Ja, ein Finger zeigt sich für Nein. Und durch deine Fingerzeichen antwortet dein Überbewusstsein. Das ist deine höhere Intelligenz, nennt sich auch höheres Selbst, hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist ja dein seelischer Anteil, der nochmal ganz andere Antworten, Lösungen und Ursachen finden kann als allein in deinem Unterbewusstsein. Und seitdem ich mit diesen beiden Instanzen gleichzeitig in einer Sitzung arbeite, also habe ich noch viel, viel mehr Erfolge für meine Klienten. Und das freut mich natürlich mega, jeden Tag mitzuerleben, wie ich Lichter einschalte. Denn so nenne ich meine Arbeit inzwischen Lichter einschalten. Ja, und so ist es auch immer wieder passiert, dass man in einem früheren Leben gelandet ist. Natürlich, ja, hatte ich auch mit einer Klientin, die mir erzählte, ja, ich bin an einem Königsschloss oder einer Burg war es. Und dann muss ich erst mal drüber nachdenken, was sie mir da jetzt gerade erzählt, weil ich habe sie nicht explizit, und das unterscheidet das von vielen anderen Hypnoseanwendungen, ich habe sie nicht gezielt in das frühere Leben geführt, sondern ich habe dem Unter- und Überbewusstsein die Wahl überlassen, das, was jetzt gelöst werden möchte, zu schicken. Ja, und anhand ihrer Beschreibung habe ich festgestellt, das ist aber nicht hier in diesem Leben. Sie hat mir auch die Kleidung beschrieben, die sie anhatte, lange Gewänder und so weiter. Und dass sie immer zum König hinschaut und sich zu dem König hingezogen führt. Und ich frage sie auch, bist du die Königin? Und da sagt sie, nein, die Königin steht daneben. Und ich frage sie, okay, wer bist du dann? Und dann brach sie in Tränen aus und sagte, ich bin die Geliebte. Und ja, dann kamen natürlich all diese Gefühle nochmal hoch, die zeigten sich, die haben wir natürlich unmittelbar transformiert, aufgelöst, diese Situation praktisch umgestaltet, wird neu mit neuen Gefühlen, mit neuen Energien bestückt, alles transformiert und so weiter. Sodass es ab diesem Moment praktisch dieser Trigger, diese Wurzel gezogen war, es neu gespeist wurde, mit neuen Energien, mit neuen Geschehnissen, die wir dann ausgearbeitet haben. Und dieses Erlebnis keinen Einfluss mehr auf die Klientin hatte, jetzt in diesem aktuellen Leben. Denn ihr Thema war genauso, sie ist immer das fünfte Rad am Wagen, immer die Geliebte, immer sind die Partner fremdgegangen, immer wurde sie betrogen, eine andere wurde geheiratet, nicht sie selbst. Also das Thema war wie ein roter Faden. Und das war eine Riesenbefreiung für diese Frau. Und natürlich haben wir dann hier und da auch noch in diesem Leben einige Ereignisse transformiert und geheilt und neu geschrieben. Natürlich flossen auch energetische Dinge mit hinein, auch Überzeugungen, Glaubenssätze, all das gehört ja dazu. Aber dieses Urtrauma, dieser Ursprung ihres Problems lag tatsächlich in diesem früheren Leben. Und das war so schön mitzuerleben, auch wenn natürlich noch einige Tränen geflossen sind. Ja, und so sehe ich es immer wieder, dass Ereignisse sind im früheren Leben, wo man zum Beispiel getrennt wurde von der großen Liebe, wo jemand gestorben ist, erschossen wurde. Also es muss nicht immer so dramatisch sein, aber wo man sich aus den Augen verloren hat, wo man sich noch sucht. Es kann natürlich sein, dass es das ist, dass man in diesem Leben ja diesmal dafür sorgt, dass man diese Erfahrung gemeinsam zu Ende führen kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es genau diese Person ist, mit der du jetzt gerade zusammen bist. Vielleicht ist es diese Person, die diesen alten Schmerz aus dem früheren Leben nochmal hochholt, um es in dir zu heilen. Und das Spannendste an meiner ganzen Arbeit ist, am Ende zu erkennen, wenn es gelöst ist, dann taucht die Wahrheit auf, die Liebe und die Wahrheit. Und dann siehst du, geht dieser Weg mit diesem Menschen wirklich weiter? Oder ist dieser Mensch, der aktuell in deinem Leben dir so Sorgen macht, Probleme macht, dich traurig macht, dich triggert, dich fix und fertig macht, einfach nur ein Lehrer, mit dem du die alte Erfahrung aus dem früheren Leben endlich heilen kannst. Und das wirst du erleben. Das wirst du sehen. Also wenn es wirklich nur ein Lehrer war, ist diese Beziehung dann nicht mehr lebbar. Es ist nicht mehr möglich. Und wenn es aber sein soll und ihr in diesem Leben euch verabredet habt, wirklich die Liebe zu leben, wirklich aneinander zu wachsen, die Liebe, also mit den Augen der Liebe, den anderen zu sehen, dann wird es auch passen. Dann wird zumindest euer Weg ein Stück weiter gehen. Ja, also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, die früheren Leben. Wenn dich da noch mehr dazu interessiert, zu früheren Leben, zu Karma, zu diesen ganzen spirituellen Dingen, seelischen Dingen, dann kannst du gerne, falls du diesen Podcast als YouTube-Video jetzt hier hörst, mir das in die Kommentare reinschreiben, was du dir gerne wünschst. Ansonsten schreib mir auch gerne eine E-Mail an verwandlung-at-haus-mariposa.de mit deinem Podcast- oder Video-Wunsch auf YouTube. Super gern. Ja, und zu den früheren Leben ist es ja einfach so leicht, auch dorthin zu kommen, wenn du es vielleicht selber mal ausprobieren möchtest. Ich habe jetzt mehrere Rückmeldungen bekommen, dass Anwenderinnen von meiner Selbsthypnose Ursachen finden und auflösen sogar spontan in ein früheres Leben geswitcht sind. Ja, obwohl ich das dort nicht anleite. Also das ist eine Selbsthypnose, die du auf meiner Website finden kannst. Meine Website www.liebenohneleiden.de Du findest auch den Link dazu in den Infos hier zu diesem Podcast beziehungsweise Video. Und ja, dort kannst du in meinem Shop dir diese Selbsthypnose-Ursachen finden und auflösen herunterladen. Das ist diese Hypnose, mit der du deiner Ursache, ja, deinem Urtrauma gerne auf die, auf die, nicht auf die Sprünge helfen sollst, sondern auf den Grund gehen, das sollte ich sagen, auf den Grund gehen kannst und nicht nur das, nicht nur das findest, sondern das dadurch auch löst. Egal welches Thema es ist, das ist das Schöne. Du kannst es für alle Themen tatsächlich verwenden. Und es hat mich sehr positiv überrascht, dass jetzt gerade in letzter Zeit, es ist irgendwie magisch, ja doch viele tatsächlich spontan mit dieser Selbsthypnose in ein früheres Leben zurückgeswitcht sind und dort die Ursache für ihr Leiden gefunden haben und lösen konnten. Also das war sehr, sehr spannend zu erfahren. Also wenn du da Erfahrungen mit dieser Selbsthypnose machst, die du gerne mit mir oder mit den anderen hier teilen möchtest, gerade auf YouTube kannst du es ja in die Kommentare hineinschreiben, würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Und ja, ich denke mal, das Thema haben wir für heute soweit rund gemacht. Wie gesagt, wenn dich noch mehr interessiert in diesem Bereich Spiritualität, frühere Leben, Nahtoderfahrung oder ähnliches, kann ich super gerne nochmal einen Podcast dazu machen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, eine wundervolle Nacht, wann du auch immer diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir das Aller, allerbeste, ganz, ganz viel Liebe und denke bitte daran, jeder Tag ist ein Geschenk. Also nutze ihn und fang heute gleich an, für dich all das zu lösen, zu transformieren. Denn du hast es verdient, glücklich zu sein und du hast es verdient, geliebt und geachtet zu werden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und bis zum nächsten Mal. Deine Katja Amberg Deine Katja Amberg